leute ich grüße euch es ist wieder soweit einmal im monat das box unboxing diesmal die more fish box leute die more fish box schöne grüße gehen wieder raus an las der mir diese box zur verfügung gestellt hat herzlichen dank dafür und das ist die box im monat mai leute wir haben schon mein das jahr schon fast vorbei ich hoffe ihr habt schon weihnachtsgeschenke für mich wenn ich es auch wieder mit am start und uv natürlich auch und ich bin sehr gespannt was in dieser box drin ist denn vielleicht müsste man jetzt die leute auf zander langsam vorbereiten dass man in der box vielleicht schon zander köder rein macht damit man direkt zum saison start am start ist oder man hat andere ziele ich bin gespannt ich bin gespannt ich denke so diese ganzen monate wo raubfisch einfach schon so aktiv ist und glaube ich so die schwersten monate für so eine box und deswegen bin ich mal gespannt was wir ja haben und wir fangen schon an mit einem oh mein gott wieder mit einem sehr sehr geilen rar pala köder auf dem start bild rapala precision extreme pencil 107 krasser biet für harte bisse sehr sehr gerne auch gott warum liebe ich rar pala eigentlich so ich liebe rar pala einfach das ist schon spoiler da wollen wir noch gar nicht hin da gucken wir gleich rein wir haben einmal rar pala aufkleber natürlich get yours at morphisch suffix aufkleber und noch mal morphisch aufkleber sehr sehr geil dann haben wir hier cola frizzy frizzy cola frizzy so wo fange ich an leute das ist der rapala ich glaube wir fangen hier mit einem zeit alter schwede was das ist eine richtig krasse hecht waffe weil der sinking 24 gramm loading 20 gramm und suspending 22 kommen und das ist die suspending variante das heißt ich glaube der bleibt einfach stehen und mega 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 geil das suspending heißt er geht langsam hoch ne ich glaube der geht langsam hoch und wenn man ihn anditsch dann geht er wieder runter ich glaube das war das suspending sehr sehr geil zahlt ich habe ich habe noch keinen einzigen zeit köder in meiner box muss ich tatsächlich sagen a nice gift for fish geile wie schön ist er richtig schön ich habe noch keinen einzigen in meiner köder box alter erst mal fühlt er sich richtig geil an und jetzt guckt euch einfach dieses design an ich muss gleich mal gucken ob das vielleicht eine special edition ist oder sowas alles den werde ich sowas von fischen den werde ich sowas von fischen das ist hecht design oder das ist ein hecht design ist irgendwo aktiv das nicht aber den werde ich sowas von fischen ohne wirst zeit sv ich glaube nächste woche mache ich auf jeden fall ein gewässer wenn das suspending ist kann ich den sogar an meinem heimgewässer fischen ist der hübsch ist der hübsch obendrauf das drauf ne hier wird er dann wahrscheinlich direkt angebunden ich glaube das ist immer das beste manche knipsen ihn auch am stahl einfach an wirbel an und so das geht natürlich auch ganz klar und dann habt ihr hier zwei drillinger noch dran ist der geil ohne witz versteht ihr noch drauf all water is salt water alle wasser geeignet offer the pike something of good design easy to crank jerk or troll as well salt from sweden the small company with the big pike office you side elf zentimeter supplied with vmc hooks please wizard salt punkt se was ohne witz das ist schon jetzt was soll in dieser box das noch toppen also für mich ist der zeit jetzt schon richtig krass hier richtig krass heftig man dann aber zwei gummifische amazon classic mit einem dicken bauch zum durch leiern kann man wahrscheinlich auch jiggen aber dann haben wir hier auch noch westin ist denke ich ein westin oder steht hier westin ja mann ist das ein bulltees ich weiß es nicht sieht auf jeden fall sehr sehr geil aus na sehr sehr geil aus hier ist das westin logo noch dran sehr elastisch extra ein bisschen dicker gemacht für hechte kann man aber auch auf zander gehen hier ist nochmal so eine einlösung um den haken durchzumachen die augen kriegst du nicht ab und ganz gut versiegelt ganz gut dran also sind gar nicht versiegelt aber sie sind ganz gut eingearbeitet schönes design ist gerade das video fertig was ihr am mittwoch seht also ihr seht das hier am donnerstag am mittwoch was gestern kam sozusagen ist jetzt das video fertig sehr sehr geil und der wird dann auch im westin sein zwei schöne designs einmal hier so ein motoröl design schönes motoröl mit mit so flakes eingearbeitet ist ja vielleicht auch uv aktiv ich sehe keine uv aktivität aber unter wasser so geht der bestimmt richtig gut auch wahrscheinlich bei trüben gewässern sehr sehr cool sehr sehr stark und ob jetzt für zander sehr geil als auch für hecht sehr geil da kann man nicht meckern diese beiden gummifische von westin stark dann haben wir fertige jigs kinetik playmate pc 10 gramm 90 millimetern also 9 cm sehr gut was ein paddletail haben die da bekannt oder kriegt ihr auch locker auf easy die sind schon fertig gerickt also ready to fish mit fünf gramm auch geile farbe für den kanal so eine art motoröl so ein gold auch sehr sehr stark feier ich sehr diese farbe keine extrem ov aktivität könnte man auch fast als grunde limitat nehmen schöne trigger augen sehr groß gehalten und mit dem roten punkt und hier mit einem sehr sehr großen paddletail was auch sehr nice es gefällt mir sehr sehr gut wirklich stark gemacht 5 gramm perfekte absinkphase für den kanal na sehr sehr cool das ist der kinetik playmate pt steht hier noch irgendwas drauf hier unten bis bin fishing ja geil mann also wir haben absolute hechtwaffe allround waffe zander hecht hier haben wir würde ich sagen was für barsch und zander und was jetzt vielleicht dass sie sogar ein bisschen auch was für meeresfisch ne black forest lures hier hybrida u1 größe gehen raus hier auch an auch auch ein gregor wo ich das hybrida ding sehe sehr sehr geil black forest lures ohne witz ein super zander köder von hybrida top köder zum gezielten barsch und zander fischen der u1 twitch glänzt mit hervorragenden wurfeigenschaften und ist einem leichten gerät gut fischbar dieser köder erzeugt maximale flank effekte bei minimalen einruhgeschwindigkeiten unser tipp stop and go oder einfach twitch fisch stop geheimtipp nachts auf zander einfach in die strömung werfen köder ein gespannter schnur ans ufer driften lassen und danach langsam einkurbeln die büste kommen brachial in tiefen unter 50 cm ich halte mich dran gregor ich halte mich dran ne 90 meter 15 gramm slow floating wenn der zander bei mir frei ist dann geht's dann geht's rein alter hybrida ist auch so eine marke die einfach nur geil ist ne muss man einfach sagen qualität ne zwei drehlinge dran sehr sehr geil auch wieder mit vm c haken dran stark und am ende haben wir noch ein krasses highlight und zwar der rapala pencil oh mein gott was ist das für eine box jetzt mal ohne witz was das für eine geile box ey ey das gibt's ja nicht das ist die zweite morphisch box die ich aufmache und die ist schon so geil unglaublich der rasselt auch so hart hört ihr das das rasselt im karton don 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 rapala pencil ist topwater oder ist ein topwater auf hecht wahrscheinlich ne rapala pencil äh walk the dog action ja walk the dog action ist ein topwater köder bei der größe würde ich den auf hecht gehen aber ich habe gar keine topwater erfahrung wollte ich dieses jahr auf jeden fall noch machen wenn der rapsen wieder soweit aktiv ist wenn es wieder ein bisschen wärmer ist und ähm dann geht's ab dann geht's ab das ist ein richtig großer topwater köder ne also da wird aber hinten uv aktives ende mit triggerpunkt sehr sehr gut stark äh richtig richtig stark leute wir gucken jetzt noch mal ins büchlein rein aber das was ich hier geöffnet habe ist eine richtig krasse box jetzt mal ohne witz warte ich habe das hier falsch reingebaut warte warte ich habe alles kaputt gemacht der klassiker der klassiker wenn man zu viel respekt vor haken hat so und jetzt kann ich das hier so reinschieben ohne witz raubfisch das ist das mit das krasseste an box inhalt was ich vor allem auch gut zusammengesetzt einfach alle drei raubfische ähm einfach bedient die im moment worauf alle bock haben also vielleicht da manche auch noch bock auf forelle kann ich mir gut vorstellen aber im moment ist halt vielleicht sind viele mit forelle gesättigt ich auf jeden fall und gehen erst wieder richtung ende der schonzeit und wollen jetzt tatsächlich alle wirklich ähm barsch zander und hecht angreifen und das kann ich absolut nachvollziehen der rapala precision extreme pencil als highlight der morphisch box und ähm dann haben wir hier den kinetic playmate und hier haben wir hier Westin ah Shatties ist das Shatties geil man Westin Shatties und ähm genau hier kriegt ihr nochmal alle Beschreibungen zu den ganzen Ködern dazu und hier habt ihr nochmal ein bisschen den Werbung für den neuen rapala Chatterbait Chatterbait der Rap V ähm den hab ich selbst noch nicht getestet den muss ich noch testen auf jeden Fall also ist gar kein ist gar kein richtiger Chatter doch ist ein richtiger Chatter den muss ich auch noch testen ja konnte ich noch nicht testen wenn ich den mal in die Finger kriege teste ich euch sofort denn ihr wisst ich bin Chatterdent ey was für eine geile Box muss man einfach sagen ähm saugeil und äh ja freut euch auf die nächste Box das ist äh Box Mai 23 die äh größere Variante die kleinere Variante kostet glaube ich 10 Euro weniger seht ihr aber unten ist äh hab ich euch die Webseite eingeblendet da könnt ihr drauf gehen in der Infobox und dann gönnt ihr euch Leute herzlichen Dank fürs Schauen ähm ähm supported morphisch Leute und schaut euch das ganze an ähm falls ihr Bock darauf habt wirklich eine top durchdachte Box gefällt mir sehr sehr gut Liebe geht raus an euch falls ihr im Wasser seid ein dickes Petri und das allerwichtigste ist bleibt gesund euer IC macht's gut ciao Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.